Klick für Klick für Klick. Kinder, die schutzlos Grausamkeiten ausgesetzt sind. Die Kriminalhauptkommissarin Ricarda Weller ermittelt seit zwölf Jahren im Fachbereich Kinderpornografie. Einer der emotional wohl schwersten Aufgaben in der Polizei. In manchen Momenten berührt er auch ihr Privatleben. Also ich kann für mich sprechen, ich bin Mutter von zwei kleinen Söhnen, die sind zwei und vier Jahre alt und da kann ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Da war mein Großer etwas über anderthalb Jahre. Ich war schwanger mit dem zweiten Kind und ich hatte ein neues Outfit gekauft für den Großen und hatte es erst mal gewaschen und in den Schrank gelegt und ich weiß nicht mehr genau wie viele Tage später, ein paar Tage später, habe ich halt ein Video gesehen, wo in einer Wickelsituation ein Junge im ungefähr selben Alter genau diese Kombination anhatte, dann von dem Täter entkleidet worden ist und schwer sexuell missbraucht worden ist. Für mich stand dann in dem Moment fest, ich möchte mein Kind in diesen Klamotten nicht sehen und ich bin nach Hause gefahren, habe sie weggeschmissen. In diesem Bereich zu arbeiten heißt für Ricarda Weller und ihre 200 Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen auch eine schier unvorstellbare Menge Daten auszuwerten. Nach bisherigen Hochrechnungen haben sie im vergangenen Jahr auf unzähligen Festplatten rund drei Petabyte sichergestellt. Das sind umgerechnet drei Millionen Gigabyte Datenmaterial. Je nach Größe des Fotos sind das zwischen einer bis zwei Milliarden Bilder der Kinderpornografie. In der medialen Berichterstattung liegt der Fokus oft auf großen Fällen, wie dem Missbrauchskomplex von Lüchte beispielsweise. Auf einem Campingplatz hatten mehrere Täter hier über Jahre mehr als 30 Kinder schwer sexuell missbraucht und dabei gefilmt. Doch das ist nur eine sehr kleine Spitze eines sehr großen Eisbergs. Sie müssen sich vorstellen, dass wir in 28 Polizeiinspektionen beinahe täglich Durchsuchungen durchführen und dieses Datenmaterial dann sicherstellen. Und die Zahl der Taten steige explosionsartig, sagt der Dezernatsleiter im LKA Niedersachsen. Das hat Folgen. Es werden keine andererweitigen Ermittlungen nebenbei noch getätigt. Das hat eben auch Auswirkungen für die Belastung dieser Kolleginnen und Kollegen, die heute eben den ganzen Tag mit dieser Thematik befasst sind, die sich viele Stunden am Tag eben mit diesen Abbildungen befassen müssen, die das Leid darauf nachvollziehen müssen. Die Polizisten verpflichten sich freiwillig für diese Tätigkeit, solange sie wollen und können. Eine Tätigkeit, für die Innenminister Boris Pistorius eine monatliche Erschwerniszulage für die Beamten fordert, wie in anderen Bundesländern auch. Es sind keine riesigen Beträge. Es geht um ein wenige hunderttausend Euro im Jahr, die das das Land kosten würde. Und deswegen werde ich dranbleiben an dem Thema in dieser oder in der nächsten Wahlperiode. Ein Vorhaben, das Finanzminister Reinhold Hilbers in einem internen Schriftverkehr ablehnt. Mit der Begründung, dass die regelmäßige, stundenlange Sichtung von Bild- und Videomaterial, das teils schwersten sexuellen Missbrauch von Kindern zeigt, vergleichbar mit anderen Tätigkeiten der Polizei sei, die zumindest subjektiv als ekelerregend empfunden werden, zum Beispiel auch der Umgang mit stark alkoholisierten, sich erbrechenden Menschen. Ein Vergleich, der die Gewerkschaft der Polizei fassungslos macht. Wir finden diesen Vergleich, der sich auseinandersetzt mit den Sichtungen von Kinderpornografisch und Kindesmissbrauch, Datenmaterial und von dem Transport von erbrechenden Personen völlig deplatziert. Das ist eine ganz andere Tätigkeit als das, was Kolleginnen und Kollegen in der Ermittlung von Kindesmissbrauch über sich ergehen lassen müssen. Und deswegen muss man sich, bevor man so etwas schreibt, darüber auseinandersetzen. Der Finanzminister bemüht im Nachhinein erklärende Worte. Eine Zulage lehnt er aber weiterhin ab. Der Satz ist leider geeignet, dass man ihn aus dem Zusammenhang gezogen falsch darstellen kann. Das tut mir leid, dass diese Irritationen entstanden sind. Das habe ich in keiner Weise zum Ausdruck bringen wollen. Die Belastung ist mir durchaus bewusst. Der bin ich mir bewusst und das will ich ausdrücklich anerkennen und würdigen. Und ich glaube aber nicht, dass das eine Frage einer Zulage ist, sondern das ist eine Frage, wie wir die Bedingungen ausgestalten, damit das erträglich ist. Ricarda Weller wünscht sich vor allem mehr gesellschaftliche Anerkennung. In welcher Form auch immer. Das Leid von Kindern zu beenden, ist das, was sie antreibt. Für mich ist es eine ganz enorm hohe Arbeitsmotivation, die dahinter steckt, die uns tagtäglich antreibt. Also nicht nur mich, sondern unser ganzes Team und eine hohe Arbeitszufriedenheit. Wenn man halt beim Sichten all dieser wirklich schrecklichen Bilder und Videos es dann schafft, einen aktuell andauernden Missbrauch zu unterbinden oder halt auch einen in der Vergangenheit liegenden Missbrauch aufzuhellen. Der Weg bis zu einer Verurteilung ist oft lang. Viele Videos und Fotos, die dann zu Beweismaterial werden. Eine wichtige Arbeit. Die Zulage eine zusätzliche Form der Würdigung. Die Erschwerniszulage wäre ein wichtiges Signal des Dienstherrn. Es wäre die Anerkennung, die meines Erachtens wichtig und angemessen wäre, um deutlich zu machen, wie wichtig die Aufgabe innerhalb der Polizei ist und wie unbedingt sie auch erfüllt werden muss. Denn kein Kind sollte je erleben müssen, was auf diesen Bildern zu sehen ist. Bilder, die Ricarda Weller und ihre Kollegen viel zu oft ansehen müssen. Das war die Vor-Ausgabe unseres Regionalmagazins RTL Nord.